Darf man einen Päschen machen? Was heißt Päschen? Halam, 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 halam. Ah, uuuh. Zum ersten Mal habe ich das gehört. Darf man einen Päschen machen? Was heißt Päschen? Diese Pst. Darf man das? Ich muss nur wissen, ob wir Menschen sind oder Tiere. Die Tiere, die machen, sollen sie auch nicht machen. Das darf man nicht machen. Es gibt manche Leute, die machen Ringe hier. Manche in ihrer Zunge. Ich weiß nicht, wie die schmecken. Manche in Bauchnabel. Was ist das? Was ist das? Wenn das ein Kuffar ist, ist das kein Problem. Aber die Schande ist oder die Katastrophesache, wie die Muslime das machen. Solche Sachen nachher darf man nicht machen. Wallahi g'dorf darf man nicht machen. Wallahi saufa tuhasabu ala jismika infa'alta hatha. Amin. 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 Vielen Dank.